Willkommen zu einer neuen Folge Pokemon Go und wir wollen einen kleinen Einwurf machen, jetzt in der Früh schnell Video auf die Schnelle. Heute kommt nämlich noch die Raider Mittwoch Folge, hoffe ich. Und die Raid Stunde ist ja heute auch noch mit Dark rein, hoffe ich auch. Das werdet ihr dann morgen sehen. Jetzt aber ein kleiner Einwurf, denn Niantic, die machen schon wieder was die wollen und keiner weiß was geht in deren Köpfen ab. Denn Riggi-Rock ist zurück. Ihr wisst ja alle, das Riggi-Event soll ja kommen vom 1.11. bis zum 4.11., wo ihr dann eben Riggi-Gigas, Riggi-Steel, Riggi-Rock raiden könnt, auch als Shiny bekommen könnt, eben diese drei Tage lang. Und Panzer Aeron Wild als Shiny erscheint und so weiter. Die kolossale Entdeckung, dieses Spezial-Event, diese Spezialforschung am 2. November stattfinden wird. Und heute früh mache ich die Augen auf und staune mich schlecht. In einigen Gruppen geht der Putz ab. Ich sage es euch, denn plötzlich, die Riggis sind zurück. Hey, heute ist der... Was ist heute überhaupt? Jetzt muss ich erstmal gucken. Heute ist der 23. Oktober. Wir sind also noch ein Stück entfernt vom 1. November. Trotzdem, die Riggis sind zurück. Oh mein Gott, was macht Niantic schon wieder? Und nicht nur das, auch die Eier-Distanz ist halbiert. Ihr konntet also, wenn ihr jetzt Eier reinpackt, frühs statt 10 Kilometer 5 Kilometer laufen. Wir haben hier auch Screenshots davon natürlich. Der Bockwurst-King hat auch ein Bild geschickt, wo ihr deutlich seht, Riggi-Rock in den Rates. Noch 14 Minuten. Habe ich ein... Habe ich eineinhalb Wochen geschlafen, ne? Hat er von jemandem auch abgescreent. Den Bubsi hat auch gesagt, ja, der ist zurück. Fraglich, ob es das schon als Shiny gibt. Hat auch in Meiningen gezeigt. An ein paar Arenen saß Regi-Rock. Andere haben Screens rumgereicht, dass man sehen konnte, auch Riggi-Steel und Riggi-Eyes sind in den Rates. Frühs um die Zeit. Dann gab es aber natürlich wieder eine Meldung. Ihr wisst ja, Niantic, die machen ja wieder, was sie wollen. In der natürlich drinsteht, Niantic turned on the Regi-Event for a few minutes by accident. Also, sie haben schon wieder das Event versehentlich angeschalten. Für ein paar Minuten. Man kann ein paar Regi-Rates sehen. Und die verschwinden natürlich dann aber auch wieder. Es sollte also jetzt auch schon wieder abgeschalten sein. Aber trotzdem, Leute hatten die Möglichkeit, heute früh, also eben noch Regi-Rates zu machen. Selbst Panzer-Aeron gab es schon wild. Auch manche konnten sich ein Shiny sichern. Jetzt ist Panzer-Aeron auch wieder abgeschalten. Also, Shiny Scamori was also released for a short time, but has presumably been turned off. Edit some Shiny Regi-Eyes Screenshots going around. Also, Shiny Regi-Eyes geht rum als Shiny Screenshot. Das ist wahrscheinlich passiert, bevor die Regis wieder off-geswitcht wurden. Wir sollten also Pässe sparen und einfach gemütlich in den Tag gehen, denn es war schon komisch. Darkrai war auch noch in den Fünfer-Rates. Darkrai und die Regis zusammen zusätzlich. Alles auf einmal. Alle waren verwirrt, die ganzen Gruppen auf jeden Fall. Aber Niantic, ne? Die wissen schon, was sie machen. Jetzt haben bestimmt ein paar Leute hier zwei Millionen Pässe rausgefeuert, gleich in dem Moment. Jetzt wurden die wieder abgeschalten. Also, haltet die Füße still. Es ist noch Zeit. Der 2. November, der 1. November, alles kommt noch. Aber was da wieder los ist, was da wieder passiert. Niantic überrascht uns jedes Mal wieder aufs Neue aus Versehen. Einfach mal das Regi-Event eingeschalten. Halbe Eidistanz, die Regis in den Fünfer-Rates. Zum Glück ist keiner da gewesen. Zum Glück bin ich nicht raus. Zum Glück habe ich nichts gemacht. Ja, das heißt, weiter Makabaya jagen. Und das Halloween-Event noch ein bisschen nutzen. Heute Raid-Stunde mit Darkrai auf jeden Fall. Vergesst einfach alles, was gerade passiert ist. Das ist im Prinzip gar nicht gewesen. Ihr habt das alles nur geträumt. Jetzt hau ich mich wieder hin. Und wenn ihr das Video seht, ist eh schon alles vorbei. Aber ihr seht mal, was ist los in der Pokémon-Welt. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Peace out. Vorhaut euer Romsers. Bis zum nächsten Mal.